Eines habe ich noch vergessen und zwar betrifft das den Intercity 2261 und 2261 Baden-Korea. Die beiden Baden-Korea gibt es nicht mehr. Aber es gibt einen Intercity 267, der genau dieselbe Strecke fährt wie der Baden-Korea. Und der sogar in Weinheim reinhält. Das wollte ich einfach nur hinzufügen. Wenn wir es schaffen und wenn wir es hinkriegen, können wir in diesem Sommer bzw. in diesem Jahr. Denn die beiden anderen Franziska, die ich bei Aschit gesehen habe, die existieren beide noch, sind aber abgestellten Mädchen. Und das wäre ein super Zeitpunkt, ein bisschen Fernabzüge fahren zu lassen. Für die Pflege gibt es dieses Jahr auch einen Mix aus beiden, das heißt Fern- und Regionalabzüge. Und so dass wir auch mit der Bauer 612 zum nach München fahren können. Je nachdem halt. Also bitte kommentieren, liken und was man sonst so auf YouTube macht. Also ciao.